Im letzten Schritt unserer Nachbearbeitung der Aufnahmen möchten wir Timingfehler korrigieren, möchten also schauen ob wir irgendwo nicht genau den Takt getroffen haben oder ob vielleicht durch die Aufnahme selbst irgendwo eine Verschiebung passiert ist oder das Spuren untereinander die synchron sein sollten vielleicht gar nicht synchron sind und dem wirken wir jetzt entgegen. Wichtig beim Schneiden ist, dass du dieses Raster hier oben auf Aus stellst, also dass es nicht leuchtet und dass du Nulldurchgänge finden anschaltest. Da stellen wir also sicher, dass wir an den richtigen Stellen schneiden. Timingfehler können wir in Cubase hören, aber auch sehen. Dadurch, dass wir die Wellenform unserer Audiospuren haben, können wir sozusagen die Bild gewordene X-Dot Methode vor uns sehen. Wenn wir das Raster also auf unserem aktuellen Takt stehen haben, sehen wir wo die Silben anfangen und wie lang die Silben gehen. Wenn ich meinen Text also beim Songtexten wirklich mit der X-Dot Methode aufgeschrieben habe, dann habe ich hier jetzt die Möglichkeit exakt nachzuvollziehen, wo die Silben an den richtigen Stellen liegen und wo auch nicht. Wir hören mal hier in meine Rap-Strophe rein. Das ist in meinem Song die zweite Strophe. Klingt so. Für mich klingt das hier schon so, als ob ich überall in der Strophe ein bisschen zu zeitig bin, als ob ich vor dem Beat wegrenne. Das sehen wir sogar auch, wenn ich mir hier mal in der ersten Zeile zum Beispiel das Wort Dachte anschaue. Dann müsste das Dach, diese lauteste Stelle, eigentlich auf der Und-Zählzeit, also zwischen 4 und 1, genau hier liegen. Tut es aber nicht. Es liegt ein bisschen zu zeitig. Das können wir also sowohl sehen, als auch hören und sollten das jetzt korrigieren. Ich habe es oft probiert, dachte, ich komme weiter und mache, was mich begeistert und schaffe es, doch bin gescheitert und... In diesem Fall liegt hier eine sogenannte Aufnahmelatenz vor. Das heißt, schon beim Aufnehmen hat Cubase alles ein bisschen zu zeitig in mein Projekt gelegt. Und die können wir korrigieren und für das nächste Mal, das ich aufnehme, gleich mit beim Aufnehmen korrigieren lassen. Und ich zeige gleich mal, wie das geht. Ich zoome dafür mal ganz nah an meine Audio-Events ran mit gedrückter Steuerung-Taste und Mausrad. Und jetzt möchte ich ein neues Event erstellen, was genau an der Stelle beginnt, wo zum Beispiel hier Main-Strophe 2 rechts beginnt. Das ist nur zum Messen da. Ich lege also jetzt mit dem Stift hier ein Event an und möchte, dass das exakt an der gleichen Stelle beginnt, wie diese Spur hier. So, anschließend müssen wir jetzt für das komplette Projekt diesen Aufnahmeversatz korrigieren. Das heißt, ich drücke STRG A, sodass alle Events ausgewählt sind, möchte aber den Beat nicht mit auswählen, STRG gedrückt halten und den Beat anklicken. Und möchte auch unser Mess-Event hier nicht mit auswählen. Also STRG immer noch gedrückt halten und dieses Mess-Event nochmal anklicken. So, jetzt kann ich das alles verschieben. Ich nehme mir mal mein Dach von Dachte und verschiebe es mal ein kleines Stückchen nach hinten, sodass ich denke, dass es passt. So was hier. Mal anhören. Ich habe es oft probiert, dachte, ich komme weiter und mache, was mich begeistert und schaffe es doch, bin gescheit. So, jetzt habe ich die richtige Position gefunden, musste das also ein ganzes Stückchen nach hinten schieben und kann jetzt mit meinem Event hier messen, wie lang das eigentlich war. Indem ich das Ende des Events dahin setze, wo jetzt unsere Spur Main-Strophe 2 rechts beginnt. Nämlich genau hier. Dieses kurze Event hier unten ist also genau so lang wie unser Aufnahmeversatz und wir wollen mal messen, wie lang das eigentlich ist. Dafür zoome ich schön nah ran an den Anfang des Events und setze meinen Cursor exakt dahin, wo das beginnt, drücke F2 und stelle hier im Transportfeld mal kurz von Sekunden auf Samples um. Diese Zahl hier brauchen wir, die tippe ich mir also mal kurz ins Handy in meinen Taschenrechner und danach messen wir das Ende dieses Events. Bewege mich mit dem Cursor also genau an das Ende des Events und subtrahiere die neue Zahl von der alten. Und dabei lande ich hier bei minus 1020 Samples und die möchte ich jetzt in Cubase eintragen, nämlich unter Geräte, Geräte konfigurieren, bewege mich hier links auf mein VST-Audiosystem und möchte hier unten auswählen Aufnahmelatenz berücksichtigen. Hier kann ich also jetzt meine 1000, also minus 1020 Samples eingeben und auf Übernehmen klicken. Und damit werden zukünftige Aufnahmen exakt um diese Zahl verschoben im Projekt. Okay, wunderbar, da können wir das Zeitformat in unserem Transportfeld wieder zurückstellen auf Sekunden und das Transportfeld mit F2 wieder schließen. Als nächstes höre ich mir jeden der Parts nochmal einzeln an und suche nach Stellen, die vom Timing her nicht passen. Vielleicht gibt es Stellen, wo verschiedene Spuren, die synchron sein sollten, nicht synchron sind oder Stellen, wo alle Spuren nicht ganz auf dem Takt liegen, was ich noch korrigieren sollte. So eine Stelle ist mir hier in dem Doubletime in der zweiten Strophe aufgefallen. Ich schalte das mal solo, damit hören wir das besser. Kann mir da bitte mal irgendwer sagen, wie das funktioniert? Ja, das ist nicht ganz synchron und da müssen wir ein bisschen verändern. Ich zoome also mal ein bisschen ran an die Stelle mit Steuerung und Mausrad. Und dabei sehe ich, dass die zweite Spur, also die mittlere, nicht synchron ist zur ersten und dritten. Und die müssen wir also ein bisschen korrigieren hier. Dafür hole ich mir mit rechter Maustaste das Scherenwerkzeug und möchte jetzt an der Stelle trennen, wo der Fehler das erste Mal auftritt und an der Stelle nochmal trennen, wo der Fehler nicht mehr auftritt. Und zwar sieht das hier so aus, als ob die erste Silbe sehr synchron ist. Die beginnt an der richtigen Stelle, aber danach die nächste Silbe haut wieder nicht hin. Wenn wir schneiden, dann bitte an den Stellen, wo es am leisesten ist. Also nachdem die erste Silbe vorbei ist, möchte ich hier danach reinschneiden. Und der Fehler scheint mir hier zu enden, zwischen dieser Silbe und dieser. Die sieht schon wieder synchron aus, die aber nicht so ganz. Deswegen setze ich hier den zweiten Schnitt rein, hole mir wieder die Maus und verschiebe diese Spur jetzt so weit, dass es passt. Mittel die ein bisschen aus zwischen den beiden. So und jetzt überlappt es hier vorne ein bisschen und hier hinten fehlt was. Aber das macht gar nichts. Ich drücke einfach auf der Tastatur, auf die Taste X und Cubase erstellt Crossfades auf beiden Seiten. So wird also hier aus dem ersten Part ausgefadet und in meinen verschobenen Part eingefadet. Und hier drüben hat Cubase einfach ein bisschen was auf beiden Seiten dazugenommen. Und damit ist der Fade auch sauberer. Klingt jetzt so. Kann mir da bitte mal irgendwer sagen, wie das funktioniert? Ja besser, viel besser. Ja, kurz nach dieser Stelle tritt schon wieder der nächste Fehler auf, nämlich in den Reimdopplungen. Kann mir da bitte mal irgendwer sagen, wie das funktioniert? Da habe ich diese Wörter funktioniert einfach viel zu lang gezogen in den Reimdopplungen. Also müssen wir die auch ein bisschen kürzen. Ich nehme mir also hier von rechts das Ende dieser Reimdopplungen und ziehe das einfach ein bisschen ran. In dem Fall ist es nicht so schlimm, wenn wir da was abschneiden. Wir können das einfach leise ausfaden und das ist so weit im Hintergrund in den Reimen, dass uns das gar nicht zu stören braucht. Das merkt gar keiner, wenn da ein bisschen was fehlt von den Wörtern. Wie das funktioniert? Ich habe den B***chen, wie das funktioniert? Wunderbar. Ich lasse mir diese Stelle aber noch ein bisschen größer anzeigen, da ich sehe, dass die zweite Spur hier wieder ein bisschen zu lang ist. Das Wort funktioniert also auch hier länger als in der Hauptspur und in der rechten Doppelspur. Also muss ich dort nochmal schneiden. Ich schneide also immer irgendwo dahin, wo leise ist. Und in dem Fall habe ich aber keine andere Wahl, als hier irgendwo mitten in dem Wort reinzuschneiden. Und dafür nehme ich mir hier dieses periodische Signal, dass sich diese Stelle immer wieder wiederholt. Macht es nichts, wenn ich irgendwo hier reinschneide und das so korrigiere, dass die Welle exakt synchron ist zu der Welle, die darunter liegt. Schiebe ich also so, dass es genau drauf sitzt und drücke X. Und fertig. Wie das funktioniert? Das ist also beim Schneiden auch eine schöne Methode. Wenn du siehst, dass die Wellenform exakt gleich bleibt, dann kannst du dort mit einem Crossfade auch durchaus die andere Wellenform von Stückchen weiter hinten da reinschieben in die vordere Wellenform. Das merkt man gar nicht. Und jetzt sitzt hier dieses Wort exakt synchron zu den anderen beiden. Und sogar das T liegt an der richtigen Stelle. Wunderbar. Wie das funktioniert? Ich habe den Plan, habe die Energie, habe da alles probiert. Ja, und diese Schneidarbeit lässt sich bis zur Perfektion treiben. Ich habe also durchaus schon zwei, drei Tage nur am Schnitt eines einzigen Songs gesessen, um das ganz genau und perfekt zu machen. Die Frage ist allerdings, ob das immer genauso perfekt sein muss. Denn letztendlich ist so ein Song ja auch ziemlich lebendig, wenn da kleine Fehler drin sind und nicht alles hundertprozentig synchron ist. Das überlasse ich also dir, wie genau du dabei sein möchtest und wie viel Zeit du da rein investieren möchtest. Auf jeden Fall lässt sich auf diese Weise durch den kompletten Song arbeiten und alle Spuren zueinander synchronisieren. Und anschließend sind wir fertig mit der Nachbearbeitung der Aufnahmen und können endlich mit dem Mixing beginnen.